Ja, ich merke das schon. Eine kam von oben, der andere kam von unten. So was machst du also mit Clancy, ja? Ja, wir teilen uns alles mittlerweile. Siehst du? Du wolltest es doch. Also, jammer nicht oben. Also, äh. Könnte mich einer anschießen? Too much input. So, 42 war was gewesen? Äh, beschwubt einen Schatzgöppling. Der Gegenstand einer normalen Qualität. Ich habe das selber jetzt wie Gommi. Ja, behalt den Ring. Also, nicht kaputt machen. Den können wir mit 70, ähm, können wir einen Wift damit öffnen. Einen Goldwift. Ey, Zauberer, hier. Nö, danke. Niemals! Schultern-Cliff? Mh. Nö. Komi, 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 Komi. Oder willst du das jetzt mit der Waffe machen? Tatsächlich bringt die nur 2%. Ja. Mach die lieber kaputt. Ja. Okay. Äh, nee, lass mal jetzt, ähm, 42, äh, 60er Waffe craften. Auf was muss man denn denn da? Was für eine Waffe nimmt man denn da am besten? Am besten ein 2er. Ähm, ich glaube, ein Streitkolben war das. Okay. Ja, jetzt für uns, für dich müsst ihr halt eine 60er Armbrust oder Bogen oder sowas suchen. Meinst du ein Streitkolben? Meinst du, das geht nicht mit jeder Waffe? Nee, 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 äh, manche sind nur 58, 59. Ach so. Ähm. Und der Streitkolben war, glaube ich, 60. Ja, Streitkolben ist 60. Oh, Zauberstab sogar auch, cool. Na, der Bogen. Zweihand. Oh, was wollen wir hier die ganze Scheiße hier zusammen machen? Nur einen herstellen oder was? Oh, du kannst dir sogar eine Sense machen, Cliff. 60er Sense. Deswegen meinte ich ja gerade. Also nur einen herstellen oder was? Nee, ähm, da muss Minus, äh, Level drauf kommen, damit du den halt anziehen kannst. Geht das? Ja, ja, mit den 60er geht das. Also benötigt du die Stufe 60 oder was? Mhm. Da kommt ab und zu mal so ein... Ja, dass er halt, dass du den früher anziehen kannst. Ich hab einen mit Minus Level, aber ich hab acht Stufen reduziert. Oh, behalt den auf jeden Fall schon mal. Mhm. Ich hab fünf Stück gemacht und keinen bekommen. Einen 55er hab ich. Ja, ich hab da, glaub ich, irgendwie kein Glück. Oh. Ja, Stufe vor um 50er. Stufenreduzierung um zwei. Ja, läuft. Zocke. Ja, ich craft jetzt mal die letzten fünf, mehr kann ich nicht. Mir ist es egal, ich lass das jetzt so. Ja, ich hab keinen einzigen bekommen, der weniger Level hat. Ich lass das jetzt so. Meine Untoten sagen auch, hör auf damit. Wenn die das sagen, dann vertraue ich denen. Die haben sie dir erst einmal nicht schön gesagt. Die haben gesagt, hör auf damit. Ich kann auch nichts mehr craften, leider. Schade. Ja, ich hätt auch kein Geld mehr. Hab 20 Stück geschafft. Ja, aber Geld liegt's so gar nicht. Ich hab keine Materialien mehr. Hm. Ja, 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 ja. Wie so fies lacht. Das ist ja typisch Scherzgöpple, ne? Richtig Arschloch. Wollt man nicht nach oben, Level? Schwierigkeitsgrader, ja. Muss ich dazu erst wieder raus? Ja. Okay. Da irgendwo noch Nähe ist ein Goblin, wenn du reingehst. Dann gehen wir noch nicht raus. Den holen wir noch. Ja. Ein Weißchen. Ja. Materialien. Müsste jetzt, glaub ich, sein. Ah, nee. Juwe. Juwe. Nimm mal her damit, mit dem Shit. So, und jetzt gehen wir raus, oder wie? Gehe hier noch mehr, ne? Warum gehen wir raus? Na, das wär's durchgehen, ist zwar egal. Ach so, soll man einen höher stellen? Ja, machen wir danach. Oder ist das jetzt wichtig? Ja, komm, aber jetzt. Mir ist das eigentlich egal, ne? Dauert ja nicht lang. Na gut. Ich glaube, ich ziehe euch alle mit raus. Ich glaube, ich bleib offen. Na, okay. Du bist es alle höchstens wieder mit rein. Ach ja, stimmt. Brauchte noch. Ich muss Level 50 lernen. Die Ausbildungsstufe Jureen Schmid auf 10. Ihr seid alle draus? Ja. Tja. Erreicht die Stufe 40, dann habe ich das Ding auch fertig. Ihr seht, aber leid. Ich musste Mysterio-Rin machen. Du musst nur bis 40? Bis 50, oder? 50, ja. Mir fehlt dann... Nichts mehr, ich habe alles. Die Mystikerin noch. Ich habe alles fett. Ja, ich muss die Mystikerin noch hochdämmen. 12.000 Ocken noch, dann ist es fertig. Boom. Die ganze Zeit gedacht, ich müsste Juwelierin machen. Musst du auch. Musst du auch. Du musst alle drei holen. Äh, ein Schmid. Auch. Den auch. Nee, bei mir wurden nur zwei angezeigt. Musst alle machen. Wir haben alle die gleiche Season-Reise. Ist eigentlich wieder so eine fiese Reise mit bei. Also so eine fiese Kacke. Von wegen, du musst das Set haben, damit du... Oder irgendwie sowas. Das kann mir nicht mehr machen. Ja, Set-Portale, glaube ich, oder? Ja. Muss bestimmt wieder eins machen. Ach mein Gott, das geht ja noch. Mit den Barbaren hatte ich das gemacht gehabt. Ja, ich hab's mit dem DH immer gemacht. Aber den hab ich ja diesmal nicht. Nö. Mit dem unheiligen Essenzen-Set. War immer ganz cool. Einfach Multishot durch. Nö. Er ist jetzt Profi. Bumm. Ach, schön. Hey, wir haben meine Kollegen wieder überholt. Ja, aber er will es ja jetzt auch richtig machen. Zwei Level über den. Die müssen schneller abschiedsig sein als die. Ich muss Berlin first sein. Alle verflucht. Das ist ein Hugo. Hugo angeschossen von irgendwem. Schnappt ihr euch? Nur Scheiße. Nee, hatte ich nicht. Irgendjemand ist an ihn herangerannt und hat draufgehauen. Knirrfänger. Du hast ihn angegriffen, steht da im Chat. Ach, verdammt. Scheiße, wenn da die beiden Pueisen direkt stehen. Ich hab da aber jemand von euch hinrennen sehen. Ja, ich bin da hingesprungen, aber du hast ihn angegriffen. Ja, aber ist doch egal. Ich hab nur Hugo gehört, da bin ich direkt dahin gebootet. Da hast du direkt T gedrückt, ja. Bist du Panne, ey. Yo, Sven, bis denn. Das ist doch, da war noch jemand. Vielleicht auch bis nachher. Puh, dieser kleine Hugu da bei dir, ey. Oh, verflucht sind die Boys da. 149er, Einhand am Brust. Ach, ich bin ja doch nicht mit der Armbrust auf den Sack. 141? 149er. Klingt noch besser. Oh. Oh, äh, wie ist denn das passiert? Plus 8% Schaden. Oh. Hey, cool. Ich hab gerade das Ding aufgeräumt. Ey, 177 Morgen. Witzig wär gewesen, wenn er das hingeschmissen hätte. Ich zieh die, ich zieh die manchmal ran. Klinzi ist das gar nicht. Ja, doch, er auch. Er, auf jeden Fall. Kannst du Klinzi, kannst du Klinzi nicht auch mal was lassen, ey? Nein, ich hab die auch angezogen. Nee. Ja, aber womit? Was weiß ich. Ich stand da hinten ganz alleine. Klinzi war schon längst raus, hab die Rampen gezogen. Ja, ist gut. Du machst das. Das wieder ein bisschen verteilen. Ja, ja. Ging ja nun grad nicht. Nee. Oh, hier ist eine goldene Truhe. Hier ist ein Goldhugo. Und da oben, da oben ist ein Legendary. Hier ist ein Goldhugo. Goldhugo tot. Leute, das machst du schon wieder hier. Hier oben liegt ein Legendary. Wir sollten uns ein bisschen zusammentun. Äh, auseinander tun, ne? Und auf einmal ist er wieder bei mir. Da war halt ein Legendary, bin ich mal kurz hochgeportet. Instant wieder bei mir. Ich mag dich halt. Ja, ist gelogen. Ich mag doch nur spielen. Voll gelogen. Das hast du jetzt gesagt. Wo war jetzt eine Goldruhe? Ähm, irgendwo in der Mitte. Hier, hier bei mir. Nee, da war der Goldhugo. Achso, der Goldhugo. Ach, hier ist er. Boah. Schotter. Jo, was ist denn das für ein Vieh? Ja, hab ich mich auch grad gefragt. Ich komm hier übrigens hin. Will einsammeln, kommt das Vieh aus dem Boden, ey. Ich hab gedacht, du hast da irgendwas gespawnt. Ich hab auch grad geguckt, ey. What the fuck? Das muss ich mir nachher nochmal mein Gesicht angucken dazu. Das war bestimmt gut. Totale Verwirrung. What the fuck? Was ist das? Ja, jetzt würde ich auch gerne Webcam. Das war krass, das Vieh. Ja. Oh, das sah aus wie aus den tiefsten Albträumen. Na gut, mach ich's halt alleine. Was? Den gelben plus seine Viecher. Ich muss mal kurz mein Equipment checken. Wir sind schon im Nächsten. Wo ist der? Immer noch im Alten. Bei mir ist er. Okay. Seid ihr ohne mich abgehauen? Ne, ich noch nicht. Oh shit. So, ich mach ihn dann mal, ne? Boah, diese Scheiße da auf dem Boden. Bitteschön. Danke. Ich wollte grad Equipment checken machen. Ja, ja. Erst sagst du, magst mich, dann bist du doch wieder weg. Mir brauchst du nix erzählen, ey. Dafür, äh, hab ich nen Gürtel für dich. Dat will ich sehen. Dann komm mal bei mich bei. Ich schließe Nova. Die ist aber nicht viel besser als meins. Und ich hab Knochenstache drauf. Und eventuell, äh, Handgelenke. Auch nicht. Ja, dann halt nicht. Kannst du morfeln, mich hier mit Scheiße zuzuschmeißen? Wo ist der gute Shit? Versteckst du doch vor mir. Den hier wird nicht einfach so. Zählen wir doch nix. Verkackern kannst du selber. Äh, ich mach zu, ne? Ja. Oh ja.